So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich belebe einen Teammitglied wieder. Das Ganze mache ich gerade mit meinem Sohn zusammen. Wir fliegen jetzt extra ganz, 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 ganz weit weg. Nämlich die Aufgabe ist eigentlich so simpel zu machen, wenn ihr halt einen guten Freund habt oder so. Ansonsten müsst ihr das Ganze halt im Duo- oder Team-Modus machen oder im Trio-Modus. Wir machen das Ganze jetzt auf eine ganz einfache Art und Weise. So habe ich das früher schon gemacht, als ich mit YouTube angefangen habe. Weil da auf Rampf zu gucken, wo sind Gegner und dann sterben und boah, das ist einfach furchtbar. Und denkt dran, wenn ich euch bisher helfen konnte bei allen möglichen Aufgaben, gern Like dalassen, gern Abo dalassen. Denn ich habe eben nochmal nachgeguckt, wir sind immer noch bei 86% aller Aufrufe von Nicht-Abonnenten. Also ich meine, ich helfe euch, dann helft doch mir. So, ich würde sagen, wir fliegen, wo fliegen wir denn hin? Wir fliegen einfach dahinter und bauen uns halt hoch, beziehungsweise er baut sich hoch. Ich hebe ihn wieder auf und mehr ist es eigentlich nicht. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden das Ganze eh hinkriegen. Aber der ein oder andere wird vielleicht doch an der Aufgabe verzweifeln, weil er keinen Freund hat etc. Ansonsten dann halt einfach in den normalen Duo-Modus gehen. Ihr werdet sicherlich irgendwann jemanden finden, den ihr aufheben müsst. So, wir gehen mal hier unten hin. Zack. Bau ich nämlich schnell die Rampe oder er baut die Rampe. Ist halt ziemlich simple. Da muss ich auch noch an die Zeit denken von früher, wo man sich wiederbeleben musste und noch heilen musste mit der Hieber-Suka. Auch sehr erfolgreiches Video, habe ich mir auch gedacht. Okay, eigentlich doch ziemlich einfach die Aufgabe. So. Geh du mal hoch. Zack. Jetzt hoffe ich, dass es hoch genug ist. Ah, er baut sich schon noch höher. Sehr gut. Und. Zack. So. Jetzt einfach wiederbeleben. Ihr seht schon, einfach gedrückt halten. Und dann dürft ihr das Ganze eigentlich auch ganz easy gezählt haben. Und ihr seht, wie lange bin ich jetzt da? Zwei Minuten. Zack. Schon 24.000 XP. Und so seid ihr auch mit der normalen Aufgabe ein bisschen weitergekommen. Denn wiederbeleben ist natürlich auch eine blaue Aufgabe. Und so werdet ihr das Ganze natürlich auch noch schneller schaffen. So. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, gern Like, Abo. Gern auch Creator-Code eintragen. Und in dem Sinne sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben. Und haut herein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.